Sie haben als Eingangsstatement bereits auf die Vielfalt an Themen, für die Sie verantwortlich sind, hingewiesen. Ich freue mich, dass Sie das Thema Digitalisierung da so herausgegriffen haben, weil es auch ein schöner, sicherlich unbewusster Einstieg in die Smart Germany-Parlamentswoche der Freien Demokraten ist, wo wir in dieser Woche hier 25 Anträge mit Digitalbezug einbringen werden. Bei verschiedenen anderen Fragen ist auch schon klar geworden, wie vielfältig die Aufgaben sind, die an Sie gestellt werden. Nach unserer Zählung sind innerhalb der Bundesregierung zurzeit 244 Teams, 76 Abteilungen und 14 Bundesministerien mit dem Thema Digitalisierung befasst. Koordiniert werden soll das vom Bundeskanzleramt, wo noch mit Rohrpost gearbeitet wird. Halten Sie, das ist meine erste Frage, diesen Stab für die Vielfalt an Aufgaben für ausreichend? Und zweitens hat das Bundeskanzleramt den Bundesministerien einheitliche Leitlinien zur Digitalpolitik mit zur Hand gegeben oder kann das jedes Ministerium selbst entscheiden?